Putin verkauft das Gas nun für den doppelten Preis nach Indien und Indien für den vierfachen Preis an uns. Dadurch, dass Gas verknappt wird, die Nachfrage aber sogar noch steigt, steigt auch der Preis. Russland hat Gas und die anderen brauchen Gas, also macht Russland durch die Sanktionen gerade richtig schöne Gewinne, um damit seinen Krieg zu finanzieren. Das ist die Intelligenz von Links-Grün-Wählern. Von Deutschland zu Russland laufen zwei Pipelines mit jeweils zwei Kanälen. Durch die Anschläge wurden von Nord Stream 1 alle beiden Kanäle zerstört und von Nord Stream 2 einer. Wir könnten also den verbleibenden Kanal von Nord Stream 2 öffnen und das Problem, Brownout wäre minimiert und das Gas günstiger. Von dem LNG-Gas kommt viel zu wenig. Das bisschen was kommt, wird von schweren Tankern geliefert, die richtig viel Dreck in die Luft pusten. Und teuer ist es obendrein. Das dürfen wir alle bezahlen. Mein Name ist Tobias Wolfgaard. Zeigt das bitte Menschen, die schwer zu überzeugen sind. Teilen, liken, abonnieren. Ciao.